So, Meistertypkit stellt noch eine andere Frage, die wir auch mal diskutiert hatten in Discord. Und zwar, die alte Frage ist 0, Periode 9 gleich 1, ja oder nein? Oh, da sagen einige ja und Martin sagt ja. Warum ja? Kann man das begründen, dass 0, Periode 9 gleich 1 ist? Weil 0, Periode 9, das ist doch irgendwie ein bisschen weniger als 1, oder nicht? Aha, das kommt Consulius schon mit einer Begründung. Also, ein Neuntel ist gleich 0, Periode 1. 1 Neuntel ist 0, Periode 1. Also ist 9 mal ein Neuntel gleich 9 mal 0, Periode 1 gleich 9 mal, Entschuldigung, gleich 0, Periode 9. Also 9 mal ein Neuntel ist 0, Periode 9. Und 9 mal ein Neuntel ist aber auch 1. Grim überzeugt. 9 mal ein Neuntel ist auf der einen Seite 1 und auf der anderen Seite 0, Periode 9. So schnell? Ja, manche Dinge gehen schnell, ne? Jemand nicht überzeugt? Ja, Glückspädagoge, okay, es kommt ja bekannt vor, ja. Genau, also nicht immer gleich eine Dezimalzahl umrechnen, man sollte so lange wie möglich mit Brüchen rechnen, natürlich. Genau, das ist so eine Regel, die man beherzigen sollte, wenn man dann schön kürzen kann und so weiter und dann sich Ungenauigkeiten nicht fortsetzen, wenn man gerundet hat oder so, ne? Okidoki. Ja, ein Neuntel ist nicht 0,1, Grim, sondern 0, Periode 1. 0, Periode 1. Und das ist ja exakt, ne? 0, Periode 1 ist ein Neuntel. Bio. Ja, Pi hat unendlich viele Dezimalstellen. 0, Periode 1 hat auch unendlich viele Dezimalstellen. Mit dem Unterschied, dass 0, Periode 1 eine Systematik in den unendlich vielen Nachkommastellen hat, ne? Das ist 1, 1, 1, 1, 1, 1, überall immer nur 1. Weil da eine Systematik drin ist, eine Periode, kann man sie auch als Bruch schreiben, als rationale Zahl, ein Neuntel. Während bei Pi gibt es keine Systematik hinten in den Nachkommastellen. Es gibt kein System, es kommt nirgendwo eine Periode vor. Deswegen kann man Pi nicht als rationale Zahl schreiben und deswegen ist es eine irrationale Zahl. Ich kann keinen Bruch schreiben, der den Wert von Pi hat. Ich kann keine Systematik vor. Ich kann die Systematik nicht als Bruch schreiben. Ich kann die Systematik nicht als Bruch schreiben, die Systematik nicht als BruchUNG. Gut. Vielen Dank.